G.E. Healthcare umfasst die Gesundheitsangebote des weltweit präsenten US-amerikanischen Konzerns General Electrics. Am Standort Solingen bietet G.E. Healthcare innovative Ultraschalllösungen im Bereich der medizinischen Bildgebung. Für die interne Arbeitsschutzweiterbildung wurde in Solingen von den Azubis und Dualstudierenden mit Unterstützung der Abteilung EHS ein Projekt ins Leben gerufen, der Escape Room. Hier gilt es, im Team Rätsel so schnell wie möglich zu lösen. Hinter dem Escape Room steht die Idee, den Mitarbeitenden von G.E. Healthcare die Möglichkeit zu geben, eine Abwechslung zu den klassischen Unterweisungen von Arbeitsschutzthemen zu bieten. Auf spielerische Art und Weise schwere Arbeitsschutzthemen dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen zugänglich zu machen und so auch einen stärkeren Lerneffekt zu haben als die jährliche Unterweisung. Für die Vorbereitung vom Escape Room sind wir auch in echte Escape Rooms gegangen und haben uns dort Inspirationen und Ideen gesucht. Es war natürlich schön, diesem Trend einfach zu folgen und auf spielerische Art und Weise diese EHS-Themen einfach näher gebracht zu bekommen. Darüber hinaus hat der Escape Room, den wir gestaltet haben, dafür gesorgt, dass das Thema Arbeitsschutz nicht nur bei den Beschäftigten, sondern eben auch bei der Führungsetage große Aufmerksamkeit bekommen hat. Als Standortleiter war ich in dieses Projekt involviert. Wir haben das Projekt auch finanzieller Art natürlich unterstützt, wenn es hier und da Geld gebraucht hat. Wir haben es aber auch so unterstützt, dass wir die Zeit gegeben haben, sich auf dieses Projekt vorzubereiten. Das Puzzle soll die Mitarbeitenden für die Gefahrstoffsymbole sensibilisieren. Hängen geblieben ist bei mir, dass eigentlich alle rätselig Spaß gemacht haben und man gleichzeitig was gelernt hat. Dann wieder ein H, dann ein Kreuz. Und dann kommt noch ein Symbol, das hatten wir noch gar nicht, das müsste das E sein. Genau, wieder ein L, ein T. Dann haben wir wieder ein E. Dann das R, ja, Behälter. Schau dir den Behälter. Ein großes Highlight für mich war, dass man das Ultraschallgerät benutzen konnte. Schau mal, das sind Buchstaben. Der Teamgeist wurde auf jeden Fall gefördert, denn man konnte sich durch verschiedene Ideen, wie das Rätsel zu lösen ist, gut austauschen. Hier ist der Schlüssel. Wir haben es geschafft. Schnell, schnell, die Zeit läuft. Und wie kam der Lernspaß vor Ort an? Im Nachhinein war es ein großes Hallo am Standort, gab es sehr viel positives Feedback. Das Konzept des Escape Rooms. Ein unkonventionelles Projekt der Azubis und Dualstudierenden bei GE Healthcare in Solingen. Musik Und wie kam der Lernspaß vor Ort an? Musik 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 Musik